Oh, what the fuck? Alles dann, hallo und herzlich willkommen zu Dingensbums hier, weißt du? Ficken und so. Nein, Black Ops 2 hier am Start. Oh ja. Split-Screen? Ja, Split-Screen. Das sieht man nicht, natürlich. WTF?! Ich bin übrigens oben und ja. Woben unten? Ja. Alter, was ist das denn? Will ich hier kein Finder? Woben ist du kurz zwei? Alter, ich bin mir schon zweimal verreckt. Was ist das denn für eine Bullshit-Scheiße? Da hinter dir ist einer, pass auf. Da brauchen wir aber auch einer. Alter, Alter. Oh, wie lange ist die da mir hinterher gerannt? Ich hab den Souvenir vielleicht, ich musste den kriegen. Musste, sondern muss. Ja, holt euch, ihr seid doch alle dumm, ne? Holt euch doch mal, ja. Ja, ich wollte erst die eine verwehren. Das glaub ich, lass dich mal vor, wenn sonst... Oben ist einer, oben, 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 hab ich. Oh, hinter dir noch... Von mir auch! Von mir auch! Von mir auch! Da stand da oben drauf, der Affe-Demony. Nein! Oh, ich wollte den mega austricksen. Oh, ich wollte den mega austricksen. Oh, ich wollte den mega austricksen. Oh, die einen, das ist doch echt geil, ey. Das ist ein Zuse. Ich weiß nicht, wie die weiß ich gleich noch so cool. Mal gucken, ob wir so ein bisschen... ...sprayern dann mit, Alter. Alter, wie die ja alle auf der Seite sind. Bro! Die gegner Heli, Alter. Fick die hin. Heli am Arsch. Ne, doch. Ah, ich hab nen Granatenkrieg gemacht. Sehr nice. Sehr nice. Aber wir sind trotzdem freindlich. Nein. Ja, ja. Warte. Warte. Boah. Ich hab nen Dummes. Warte. Hier ist irgendwo ein Dings gewesen. Da! Aber das ist für mich jetzt mega... Alter, warum... Was? Oh, ich kann einfach mit der Waffe nicht sprayen. Kann sein, ey. Der mit seiner AM4-19. Voll zu geil, ey. Ich will jetzt... Was? Wie lange war ich bitte drauf? Dadurch, dass ich auf Positionierung bin, bin ich ja übrigens alles auf null gesetzt worden hier und so. Alter, wir haben ne Drohne, diese Ficker. Das kann nicht sein, ey. 3-5, ey. Sobald ich auf Aufnahme drück, bin ich scheiße. Das ist ja Wahnsinn. Wir hatten... Wir waren praktisch die ganze Zeit Erster und Zweiter. In fünf Spielen oder so. Ja. Und beide mit ner Zweierkarte, ey. Aufnahme sofort. Alles scheiße. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Danke. Da oben... Da war ich aber auch gerade echt schlecht. Du warst aber auch schlecht. Die Drohne nähert sich. Das ist ein Split-Screen, das ist eigentlich ganz geil. Da kann man immer beides sehen. Ja, das stimmt. Oh, warte. Ja. Ich würde es sagen. Da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Ich weiß nicht. Da ist noch einer. Da, den hab ich. Meine. 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 Boah, du Wichser, ey. Musst du dich schneiden? Ähm. Ach, hier von wegen, ne? Egal. 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 Ähm. Ich bin beim Nachladen. Auf jeden Fall. Siehst du doch. Ist doch so. Alter. Ich sag so. Sind die. Nein, da geh ich nicht nach dir. Ah, ich hab ich gesehen, Junge. Ich kreis es übrigens bei dir immer noch hinlegen, ne? Das ist was bei mir so, wenn ich jetzt spiele. Ach so. Ja gut, dann ist es halt umständlich. Aber ich hab's halt umgelegt. Nein, ich hab den noch getroffen, den Esel. Ich hab ihn mit meinem Nachhinein. Alter. Ja, auch Kronaut, ey. UAAAHHHHH. Pff, das ist einfach, das ist einfach, ich will hier weg, hier weg, hier weg. Ja. Ach so. Nicht wirklich. Nein, das war das nicht. Ich hab'n Blitzschlag, ich hab'n Blitzschlag, ich hab'n Blitzschlag. Das ist nur Skin. Wieso? Ich hab'n Blitzschlag. Wollt geil, ey. Alter. Ich glaube, damit kill ich jetzt keine Scheiße. Oh, dann kommt der von da. Das war nicht einer, das ist doch scheiße. Niemals hat der mich noch gekriegt. Meine Granate hat natürlich auch kein Damage gegeben. Meine Granaten sind nämlich wie guckt. Hä? Ich krieg Damage fast so viel vor. Warte. Alter. Alter, das ist der andere, das ist der andere, das ist der andere, das ist der andere. Fuck, ich hab's noch. Scheiße. Ach, der war... Warum hab ich den denn nicht gesehen, ey? Ich bin so mega blind, ey. Ich hab so mega schlecht, dass du sagst. Das ist Stammer. Stammer. Alter, Bildschlag. Ja, Bildschlag. Ich hab mega Lack gehabt. Ich strahle gerade in dem Gebäude. Da ist so ein Dingsbild. Oh, da ist noch einer. Da ist noch einer. Ja. Ja. Alter, deine Mutter denn schon, ey. Da oben. Oh, die haben eine Drohne. Fuck, jetzt hol die mal eine runter. Wie kommen wir da jetzt nicht runter, du Esel? Was? Du Bop, ey. What the hell? Oh, ja, das ist jetzt so. Juhu. Nein, 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 nein. Toll, ich komm gerade wieder rein, da sterbe ich natürlich, ne? Boah, was sind das für Eselköpfe? Der soll nämlich sofort killen, oder? Ja. Fiste. Wie lange das dauert, bis sie mal sterben, ey. Alter, er stellt euch alle vor. Das ist auch ein bisschen, aber ich hab weniger Frames, wenn wir jetzt aufs Glitz gewinnt spielen, muss ich schon sagen. Wo, 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 wo. Ja, ist okay. Boah, hier ist ja ein Dreck. Boah, hier ist ja ein Dreck. Boah, woah, 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 woah. Alter, von hinten. Boah, was ist denn da, du, du hast nur. Keine Ahnung, auf deren Seite. Also, ne, ich bin doof. Alter, wenn ich fast geflasht gewesen hab. Nice, gar danke. Nein, warum schieß ich auch? Boah, boah, ich brauch keine Ahnung, Waffe. Dann hol die Ahnung. Alter, dann guck der doch rum. Ich hab gedacht, ich kann erst von rechts upsafe, und dann dreht er sich um, der Mongoi. Die haben ne scheiß fucking Drohne, ey. Killing-Typen, ne? Genau, der Pinner soll da was. Aber der hat voll viel geschuckt, da ist ja ein ganzes Magazin. Ja, der hat andere. Boah, bleib steigen. Da, jetzt, wo ich ne neue Waffe aus will, ich stehe natürlich. Ah, genau. Nur woanders. Alter! Alter! Was ist denn jetzt schon wieder? Ich wollte mal ein bisschen alter sein. Ich wollte mal ein bisschen... Ich wollte mal ein bisschen... Was kastiert, sagst du? Aua, ja! Ein bisschen, ne? Oh, Bildaussitzer! Das ist mein Ding. Naja, ich bin mir grad an den Spawn, glaubst du? Sie müssten jetzt... Zum Beispiel eingenommen, den Spawn. Wie jetzt? Alter, jetzt spawnt da doch noch einer hinten. Oh, mein. Ach, kleiner Wichser, da kann man nicht hingehen. Fick, deine Mutter, du Hescher, Fick, Alter. Was? Haha! Das ist doch unglaublich! Trotz so einer Priskel, das kann nicht sein, ja. Ich habe locker eine Minus, oder? Äh, locker eine Minus. Naja, ich bin ja... Ich muss echt üben mit dem Flashwerfen und so. Das könnte echt hilfreich sein. Das ist besser als du eine S-Minds. Und so, was... Ja, ich muss mich wirklich bringen. Je nachdem, was du für eine Madfarm brauch ich für eine S-Minds. Na gut, aber da müssen wir raus, ne? Ah ne, hier müssen wir gar nicht stehen. Krass! Genau in dem Moment kommt da eine Flasche. Kann doch nicht sein. Kannst du mir doch nicht jetzt. Kann nicht. Ah, jetzt haben die zwei Drohnen. Boah, und wo die überall kommen, ne? Das ist doch fake. Ah, Alter, die Drohnen kannst du einfach nicht runterholen. Die Wurfstucken viel zu viel. Ah, Alter, da kämmt der da rum. Kann sein. Nein, kann nicht sein. Ach doch, das ist doch gar nicht. Sind doch rein! Feindlicher A-G-R unterwegs. Nein, die Kanaden! Achtung! Feindlicher Schöne, der D-R-Z. Wumpurla, muss doch nicht klar! A-G-R Magazin! Wo sind die Mongos jetzt? Alter! A-G-R! Nein, 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 nein! Ich wollte den Film füsten. Scheiße, das kann doch nicht sein. Nein! Warum drehen die sich denn immer genau in dem Moment um, ey? Das kann ich nicht sehen, ey, Jügichen. Ach, Alter, ich hasse A-G-Rs, ey. Den kannst du drei Magazine einschicken, die den trotzdem noch, ey. Warum kommen wir nicht so gegen Mongos spielen wie gerade? Warte, wir können ja nie. Ja, ist so, ne? Ach ja, nice. Hahaha, das war aufgeklärt. Nein! Weißt du, von hinten? Nee, warte. Alter, ihr wer gesniped? What the f- Ja, mit einem Wurfmesser. Hahaha, ein Warten-Mongo, ey. Wird keiner nie angehen. Sind voll die Mongos, ey. Ich lebe nur von hinten. Warte, fliegt! Boah, was denn? Oh, ich kämp' mich da so eben hin. Alter, jetzt würde ich gef... Boah, Lack, ey. Ich hätte auch vielleicht noch sterben können, ey. 16,6... 16,6 wäre ein alt gewesen. 16,16 aber. 9,24 macht die Scheiße. Alter, was ist los, ey? Ja, immer von hinten, ne? Immer von... Alter, war noch Zeug, mega, ey. Boah, das ist... Wenn die nen Heli und so haben, ne? Unmöglich. Unmöglich. Ja, würde ich hier auch einstellen, dass ich bei den Heli krieg. Ja, genau, wie viele Punkte willst du haben? Das brauchst du nicht viel. Ja, 1.000. 1.200, hallo? Na, weniger, glaub' ich. Doch, 1.200. Ich hatte den schon mal auf Dings. Ja, da, gegen Bots, oder was? Ja, nein, nein, nicht gegen Bots, der Affe. Was haben wir denn da? Also... Ja, ne, machen wir so, egal. Machen wir was anderes. Machen wir noch eine? Alles dann, ja, klar, aber danach. Alles dann. Dann, 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 bis zu sehen und bis zum nächsten Mal. Tschü, tschü. Ciao.